So Freunde, was geht? Battlefield 5 ist am Start. Ja, ihr habt richtig gehört, Battlefield 5. Freunde, endlich ist es soweit. Am 6. Mai 2016 ist die Battlefield-Weltpremiere für das neue Battlefield. Da werden wir höchstwahrscheinlich alles erstmals zu Gesicht bekommen. Trailer, Gameplays, woraus man dann auch schließen kann, in welchem Setting das Ganze spielt. Waffen, Fahrzeuge und einfach, wie das Game aussieht, was für ein Feeling rüberkommt. Und ich freue mich mega drauf. Am 6. Mai 2016, Battlefield-Weltpremiere. Ich bin da auch mit am Start. Werdt euch dann natürlich auch mitnehmen, so ein bisschen filmen. Mal sehen, was es da alles so zu entdecken gibt auf so einer Battlefield-Weltpremiere. Die meisten der anderen Battlefield-YouTuber sind auch mit dabei. Vielleicht kann man ja noch die eine oder andere lustige Sache machen. Und ehrlich, Freunde, das ist so eine Erleichterung, da erstmal endlich drüber reden zu dürfen. Und vor allem, dass jetzt auch endlich was Konkretes passiert. Denn vorher war es so, man wusste nur, dass das nächste Battlefield jetzt Ende dieses Jahres rauskommt. Und jetzt kommt endlich alles ins Rollen. Die ersten Ankündigungen, die ersten Teaser, die ersten Trailer, die ersten Gameplays-Szenen und so weiter. Das wird so geil. Ich habe so Bock drauf. Ich bin so gehypt. Und vor allem, Freunde, 6. Mai, das ist absolut nicht mehr lange. Das ist ganz, ganz bald. Und dann wissen wir endlich, was es sein wird. Und vor allem, nach dieser langen Informationsstille, wo einfach nichts kam, kommt jetzt plötzlich was Fettes. Und das ist einfach nur absolut nice. Ich feiere das so hart. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ihr hypt euch mit. Übrigens, mit Mashed8 zusammen habe ich dazu auch ein Video aufgenommen. Aber allerdings eher in die Richtung von wegen, wie es bei Battlefield 4 oder auch Battlefield 3 war. Und wie wir daraus schließen können, was jetzt in nächster Zeit mit Battlefield 5 passieren wird. Recht interessant. Ich verlinke es euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das kleine News-Video dazu gefallen. Falls ja, haut auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, ein Like für Battlefield 5 raus. Endlich geht es los. Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos mehr verpassen wollt, gerade jetzt, dann abonniert meinen Kanal. Denn hier werdet ihr immer auf dem neuesten Stand sein, was Battlefield 5 und auch dazugehörige Events angeht. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss. Bis dann.